50 Sades 3 Entdeckung, wer ist Annas neue Rivalen-Gear? Der neue Dreier zu 50 Sades Freight ist da. Der Clip zeigt uns nicht nur eine Traumhochzeit und einen bösartigen Stalker. Die frische Ehe zwischen Anna, Dakota Jonson, 28, und Christian Grey, Yamidon Ann, 35, wird von einer schönen Blondine namens Gia gehörig aufgemischt. Promiflas stellte euch die Schauspielerin hinter der Rolle etwas genauer vor. Untertitelung des ZDF, 2020